Der Räder in der letzten Räder Die Räder in der letzten Räder Die ganze Hochgabe und die Top-Roll-Reiter Die Lieber-Curber-Race bei den besten Reitern Eben tot muss er auch rot mit werden. Dann eine Lektion, die wir aus den Ressuren kennen. Es ist sozusagen das Schäckchen-Ball hier. Die Reine dürfen hier nicht berührt werden. Wunderbar gelöst hier vorne. Gern und rüber. Das Adlerbein war natürlich nicht fehlen. Die Galoppwechsel dazwischen ist hilfreich. Auf der Händler und Riesen. Mit der Galopp merkt der Jauhce. immer noch die Turnhung. Um eine Füsche zuiken. Einmal ist der Fülle eine Fülle. Auf der Türen. Die brauchen, denke ich, Tor auf Tor zu. Am besten so, dass kein Drittentor oder kein Pferd mit durchschlumpfen kann. Wir kommen nur noch mit der Runde, die Ecke hoch. Er darf die Steine nicht berühren. Applaus 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 Applaus